hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live ja direkt weiter geht es hier hier sind aber nicht gerade viele leute wo sollen wir sitzen da nee stopp da ob mit aus mir und der noch irgendwas wird bestimmt oder ich kann nicht mal ein pipp machen ich bin im kino das will doch jeder wissen blöde guck okay profil zeigt mir herr gaming romantik gaming romantik mach mal das einfach mal oha aber ich verliere bei der nichts das ist gut ok das minus 88 mieter war fällig wow so film vorbei yo lasst uns home gehen am feiern zieh dich um und mach dich fertig für die party jetzt die zeit gekommen jede menge spaß zu haben ich muss erstmal klamotten kaufen und ich hab nur noch 169 kaufen kaufen ähm kaufen Ist alles runter gesetzt, voll cool! Ich brauche aber noch eine ordentliche Hose. Ähm... Hier, komm! Finanzen, insgesamt zu zahlen. Ja, das wissen wir. Ah, okay, okay, okay. Wir haben noch 79 Mäuse. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz arbeiten hier. Was muss, das muss? Alter, 16.000 Abonnenten! So viel hätte ich gerne auf meinem richtigen YouTube-Kanal. Und bei Twitch? Was denn jetzt? Hallo, ey! Könntest du ein Spiel aufnehmen und es hochladen? Ja, mach mal! 123, 123! Schick her, das Spiel! Lass! Dalli, dalli! Da ist es! Irgendein Playstation-Spiel, okay! Wird direkt losgelegt, würde ich sagen. Ähm, Aufnahme, weiter! Söchen! So! Söchen! So! Das ist ein Level aufgestiegen. Dann machen wir das da! Ladebildschirm von grün zu dunkel-orange. Machen wir das da! Ein Achievement! So! Und wir machen das da! Na dann, komm! Das machen wir jetzt mal! Dann gibts das mal zu futtern! Ja, ne! Ich hab das so oft genommen! Sösumen! So! Tü, tütü, tü, tü! Schlafen! Was ist hier? Okay... ein Hollerock-Essner. Oha, 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 oha. Da können wir uns gleich noch ein Brot gönnen und dann müssen wir voll sein. Ich weiß, dass es fantastisch ist. Neues Gaming-Video aufnehmen. Das da. Weiter. Was muss das? Versuchen. Von Lila zu Orange. Das wäre das hier. Da nimmt sich hier nämlich nicht viel raus. Ja, von kühl zu dunkel habe ich halt nicht. Ich muss da unbedingt noch was kaufen. Da habe ich auch nichts. Und wir machen das. What willst du denn do? Achso, warte mal. Ich kann mit dir noch nicht reden. Warte bitte. Nicht weggehen. Ich bin gleich für dich da. Und jetzt ist sie ja doch wieder weggegangen. Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Ja, das schießt langsam in die Höhe alles hier. Läuft, läuft. Dann machen wir erst mal hier einen Tipp. So. Boah. Läuft. Wie sieht's hier aus? Nice. Da gab's wieder Money. Hält ein Poster für 300. Ernsthaft? Hält ein Basketball für 170? Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Alter, die Preise schießen hier in die Höhe. Ich könnte... Nee, nee. Die hole ich mir nicht. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nichts mehr in der Höhe. There is noch nicht. Schade. So, da kommt ein Kupferer. Aha. Okay, hol dir ein neues Videospiel, werden wir das von den letzten Kröten auch noch machen. Wir haben April 08. Na komm, spiel! Ähm, das da... Ja, Aufnahme starten! Grand Toy Auto! Haha, geil! Ich brauch unbedingt neue Karten, das kann nicht sein! Ah! Okay! Du hast alles zerstört! Wow! Machen wir das da? Ähm, das da? Ähm, wir machen mal das! Und das da! Na, da bin ich mal gespannt! Ähm, das, 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 das... Das! When dann! Honey! Okay, alles klar. Ähm, was essen? In der Straße verkaufen ich ein Spiel. Ich habe ein Angebot. Her damit. Was auch immer ich gerade gekauft habe, ich weiß es nicht. Oh, wir haben schon 21.000 Abonnenten. Schön. Es wird echt langsam hier. Oha, ja. Wenn das nur so einfach wäre. Was habe ich denn jetzt für ein Spiel bekommen? Das hier. Irgendwas mit Prisip. Hä? Moment mal. Konsole. Honey, PSP, ah, okay. Ja, komm, scheiß drauf. Preview. Oh, da hat auch erst mal schon Kaffee. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum macht denn der so eine Fratze? Hä, ich verstehe jetzt nicht, was der macht? Hä? Was bedeutet das? Ich verstehe das nicht. Wo ist meine Konsole hin? Oh nein, ist der deswegen angepisst? Oh nein. Ach nee, da oben stehen sie. Oh. Ich rede gleich mit dir. Lass mich bitte was essen. Bitte, ja? Ich habe Bedürfnisse. Ich kann nicht aufnehmen. Warum? Hä? Wie kann ich denn das abbrechen jetzt so? Weil... Ich verstehe das nicht. Jetzt geht mir gleich Geld flöten. Das ist scheiße. Scheiße. Ich verstehe dieses Gesicht einfach. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, Mann. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Oh, 28.000 Abonnenten. Nice. Ich verstehe das trotzdem nicht. Hm. Hm. Ich verstehe das nicht. Wenn ihr das wisst, was das bedeutet, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich kann das Gameplay jetzt nicht aufnehmen. Das ist scheiße. Kann ich dieses Ding irgendwie verkoffen? Hackfresse. Geil. Geil. Jetzt? Hä? Jetzt geht das auf jeden Fall? Hä? Hä? Ach komm ey. Komm wir machen mal das hier. Ähm. Das da? Ist eh noch für eine befreundete YouTuberin. Also. Muss nicht Bombe sein. Hahaha. So. Ähm. Mach mal das da. Komm ich scheiß drauf. Waha. Ich penne ein. Ich bin müde. Ich muss aber noch das Video schneiden. Und hochladen. Boah. Ich hab nur einen Tag und zwei Stunden Zeit. Scheiße. Oh. 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 ном. Akzeptieren. Hochladen. Schlafen. Ragnik. Oh. 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 Es wird hochgeladen. Schafft man noch, schafft man noch, schafft man noch. Ach, leck mich am Arsch. So, wie es aber auf dem Event weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst, dann gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.